Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu How to Survive. Ja, wir waren hier stehen geblieben. Jetzt eigentlich diesen blöden Wohnwagen sollen wir finden, aber er hat hier ein Ausrufzeichen über den Kopf. Hey, it's up to you. No pressure. Please, don't hesitate to come back to see me. I like helping you. Good luck, Survivor. Okay, coole Sache. Dann machen wir es doch direkt. Mistola haben wir mittlerweile. Was sagt er, zeigt er dann da oben, halt Hunger. Die meine Hand, die können ich jetzt töten, mache ich aber nicht. Na komm hoch. So, dann paddeln wir. Leute, ernsthaft, bis wir paddeln. Das scheitert. Und da sind noch wesentlich mehr Inseln, die wir erkundschaften können. Oha. Lol, ist der Nikolaus. Ernsthaft? Habt ihr das gesehen? Das war so, das war der Nikolaus, der Weihnachtsmann, die ich da gerade abgeschossen habe. Gibt's auf jeden Fall erstmal Gesicht, Leute. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin? Ach, da unten, okay. Und da haben wir auch wieder einen Affen. Jawohl. Lol, alter, was macht denn der Nikolaus hier? Ist er irgendwie so ein Weihnachtspatch oder was? Lalalalalala, lalalala, 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 bam! Jingle bells, jingle bells, ups, jingle all the way. Oh, es macht Spaß, den Nikolaus zu ownen. Lalalala, ey, ey. Ah, die bringen halt ordentlich XP, die Nikoläuse. Oha, alte Schwede. Den zerhackt es ja mal ordentlich, wa? Immer schön Gesichter geben. Ich habe ein paar Tage gefehlt, aber juckt den auch irgendwo, glaube ich, gar nicht, wa? Okay, ich muss irgendwo, irgendwie muss ich... Ha, ich brauche halt... Mein Gott, ey, ich brauche eine Kiste oder so. Gibt's sowas nicht. Komm, f*** was ich so mit dem. Hey, I thought you were dead. You've gone so long. What was you? I'm so worried you abandoned me. The boat is loaded with gas, but we can't leave yet. Andrew has the engine starter. I was foolish to let him carry it. But I was, I didn't know he would let himself get bit. It's all my fault. Hi. And I'll never get out of here. Would you go back to him and get it? I don't expect him to just give it to you. He might try to come with us. Let's not tell him, we're leaving. Tell him... I don't know, tell him something that will make him give it to you. It's cruel, I know, but it must be done. Just go. Okay. Der Typ, den wir anfangen am Strand liegen lassen haben, der hat den guten Anlasser. Ich muss jetzt echt einmal wieder um die ganze Insel rum. Ich hoffe nicht, ey. Ich renne jetzt einfach mal hier. Oha. 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 Ah, ja. Köpfe klicken. Alter, ist schon irgendwie ein bisschen gruselig, die Fettsäcke. Warte mal, wenn ich jetzt einfach... Ah, okay, er reloaded. Und somit hab ich auch wieder, glaub ich, einen Slot frei. Ne, hab ich nicht. Scheiße. Ich hab nichts. Ich hab nichts. Relax, ich hab nichts mit dir. Apart von kommen, zu saveen mich, was ist neu? Sie bringe mir Essen? Was? Der Startler der Böde? Hey, das ist meine Insel. Keine Worte. Warte, warte. Ich habe mich verändert. Du kannst es haben. Böde sind alle Worte. er fängt auch schon langsam an so ein bisschen abzufangen den typen ach da war ein vogel das wäre schon meine chance gewesen aber ich habe einfach kein platz frei ich weiß nicht was ich machen soll ich hab keinen platz mehr kann ich schon sachen wegwerfen fallen lassen ja weg damit keine andere war es nur scheiß vogel suchen perfekt echt nur federn so eine scheiße ich habe gedacht da kann ich jetzt ein was draus essen also da muss ich so viel schwein suchen aber das ist auch so fett alter schwede und rennen davon rum ich weiß dass ich hingehen da oben ist es bleibt stehen alter verdammt keine tierhaut da kann ich dann irgendwann wegwerfen weil tierhaut klingt auch ganz verlockend ja es ist gerade schwierig das sind so teile bei dem kann man irgendwo immer mal gebrauchen das ist schon scheiße die wechselkasten kann ja auch nicht weg 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 geben das elementar wichtig ich denke aus der tierhaut kann man auch nicht was machen aber man ist ärgerlich naja was soll ich machen muss ich fliegen lassen komme ich zurück und der typ ist eh ein zombie ja dann ist du du b du 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 das klingt ja schon mal wieder jetzt muss ich natürlich wieder einmal komplett durch im wald rennen und da ist laut bestimmt irgendwo so ein hund so ein fisch. lol guck dir den mal an wahl alter ist er pervers der frisst das zeug einfach roh naja der ist eh bald ein zombie oha der gegen enrage aber ich muss dann gehen langsamer ein junger alter das irgendwo unbehaglich hier ja mach, hau ab na komm, ich geh lieber hier oben lang hauptsache erst mal alles aufräumen ohje, ich muss jetzt irgendwo ganz viel schrott aufsammeln erst mal ne runde schlafen ich bin voller voller saft, alter ach ne, Muster und Durst habe ich auch noch, aber hier ist auch direkt zur Zeit noch was zu trinken aber ich habe jetzt keine Ahnung, was für ein wildes Viecher meint der meint doch nicht den Elch, alter oh lol, da liegt auch noch einer ich meine, ich höre die Scheiße auch hier, aber oh, läpp mich fett oh, Junge oh, leck mich es geht ab verarsch mich nicht was ein Fleischschwanz oh, Junge, alter oh, Junge los, lass uns schnell verpissen oh, Alter oh, leck mich fett Endboss Endboss Income Oha immer schön in die Fresse, du Homo oh, erst mal schnell nochmal hier oh, erst mal schnell nochmal hier na, jetzt geht aber down boah ob das so frisch ist, ey, da würde ich mich fast mit streiten ah, okay, man kann aus Tierhaut größere Dinger machen gut zu wissen ah, ich verpisse mich, glaube ich, erst mal ja 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 jetzt habe ich aber zwei Slots frei, jetzt kann ich eigentlich nochmal kurz gucken, ob ich eventuell die Tierhaut noch finde das wäre natürlich sehr geil ich sehe auch, dass ich abgerankt bin im Wald sollte ich am besten nach Tieren suche, ja, ja, ja hier läuft doch bestimmt irgendwo so ein Amigo rum aber erst mal kann ich mich nochmal abranken äh, machen wir den nochmal direkt, genau und ich glaube, hier beende ich jetzt erstmal den Part ja, verpiss dich, Mann und, äh, man sieht sich auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder wenn es heißt How I How to survive ich sage immer How I survive aber ja, wie werde ich überleben bis dann, Leute euer Voxel bis dann, Leute bis dann, Leute bis dann, Leute Vielen Dank.